13.03.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und davon Tag 19 des Ukraine-Krieges. Herzlich willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Wie gestern schon erwartet ist der Grenzübertritt in die russischen Kernregionen Kurisk und Belgorod nicht von langer Dauer gewesen. Zum Zeitpunkt der Recherche finden weiterhin Kämpfe an den Grenzübergängen statt, doch das wird sich in den nächsten Tagen, wenn nicht sogar in den nächsten Stunden widerlegen. Viel ist ja auch nicht gewesen bis nach Moskau vorzurücken oder ähnliches, da dafür auch die nötigen Mittel fehlen, sondern die Entlastung der Front im Osten des Landes. Außerdem wollte man kurz vor den Präsidentschaftswahlen noch einmal zeigen, dass dieser Krieg sehr real ist und dieser Krieg auch auf russischem Kernland stattfinden kann. Der gestrige Angriff wurde auch durch mehrere Wellen von Drohnenangriffen begleitet, die an mehreren Orten Öllager und Raffinerien im Brand steckten. Diese Angriffe gehen heute ebenfalls weiter. Die Russen melden über 60 abgeschossene Drohnen, was bedeutet, dass es weitaus mehr waren, da einige auch ihr Ziel trafen. Die Russen veröffentlichten ein Video, in dem sie mehrere ukrainische Helikopter am Boden zerstören konnten. Dabei nutzten sie Streumunition, um sie flugunfähig zu machen und feuerten dann mit gelenkten Raketen nach. Von wann diese Aufnahme aber stammt und wo sie überhaupt aufgenommen wurde, ist unklar und bisher nicht bekannt. Dennoch ist der Verlust von 2 Helikoptern ein schwerer Schlag auf ukrainischer Seite. Die Kämpfe gehen an den anderen Frontabschnitten weiter, aber territoriale Veränderungen gibt es im Augenblick einen neuen. Die Russen kommen nicht weiter und die Ukrainer befinden sich nicht im Angriff. Selbst wenn schon, dann würde ihnen das nichts bringen, da sie aufgrund des akuten Munitionsmangels ohnehin schon Probleme in der Verteidigung haben. Momentan halten sie die Russen zwar auf, aber das kann sich in den nächsten Tagen oder Wochen wieder schlagartig ändern. Die Russen griffen nachts in der ukrainischen Stadt Sumi mit Raketen an, eine davon schlug in einem Wohnhaus ein und richtete dementsprechend Zerstörung an. Einige sprechen davon einem Racheakt Russlands aufgrund des Grenzübertritts von ukrainischen Soldaten. Naja, aber während in der Ukraine ein deutlich spürbarer Krieg herrscht, gibt es bei uns nur einen verbalen Krieg zwischen den Befürwortern und Kritikern in Bezug auf Taurus Lieferungen. Der russische Machtapparat hat eine deutlich sichtbare Angst vor dem Taurus Marschflugkörper aus deutsch-schwedischer Herstellung. Aus dem Grund wird auch versucht, ständig mit einem Kriegsfeiertritt Deutschland zu drohen oder mit atomaren Konsequenzen. Diese Drohungen müssen sie nicht wirklich ernst nehmen, da wir bei einer Lieferung kein aktiver Kriegsteilnehmer werden. Sonst wäre das schon bei 5000 Helmen, jeglicher Munition oder Waffenlieferungen und auch schon beim Leopard 2A6 von vor über einem Jahr geschehen. Ebenfalls wären die Briten und Franzosen mit ihren Marschflugkörpern, wie z.B. dem Storm Shadow, auch zum Kriegsteilnehmer geworden, als auch auf russischer Seite Nordkorea und der Iran, welcher vor kurzem sogar Mittelstreckenraketen lieferte. Selbst wenn man nicht liefern möchte oder auch nicht in der Lage dazu ist, ist eine Schwebe weitaus besser oder ein unklarer Zustand als ein ständiges klares Nein, welches der russischen Seite die Grenzen des Machbaren klar definiert. Selbiges gilt natürlich auch für Atomschläge. Russland hat in seiner Doktrin klar definiert, dass diese möglich wären, um das Mutterland zu schützen, wenn es von einem Angriff bedroht wird. Übergeben wir Waffen an die Ukraine, dann sind das ukrainische Waffen und ukrainische Anwender, selbst wenn sie uns die Schuld dafür geben würden. Dann seien wir doch mal ganz ehrlich, greift Russland ein NATO-Land an, greift Artikel 5 ein und das wäre für die Russen, die es seit über zwei Jahren nicht einmal geschafft haben, die wir anspruchten, Gebiete in der Ukraine und vor allem nicht die gesamte Ukraine zu annektieren, das größte Schreckensszenario. Ein Land, welches seine Soldaten mit ungepanzerten chinesischen Jeeps auf voll befestigte Stellungen zufahren lässt und dessen Fahrzeuglager sich immer weiter leeren, wird einer Konfrontation mit der NATO nicht gerecht. Russland teilt sich im Norden eine Grenze von über 1300 km zur NATO und wenn sie es nicht einmal schaffen, einen Grenzübertritt von Separatisten der Legionfreiheit Russlands aufzuhalten, wie sollen sie dann in der Lage sein, die anderen Grenzen zu halten, wenn sich fast das gesamte Heer in der Ukraine befindet. Dann und erst dann können wir über Atomschläge oder weiteres diskutieren, wobei das auch wieder das Ende Russlands mit sich bringen würde bzw. wahrscheinlich das Ende aller Länder. Im besten Fall artet der Krieg natürlich nicht aus, dieser tritt aber nur ein, wenn die Ukrainer die Russen wieder an die Grenze zurückdrängen können. Verhandlungen wird es wahrscheinlich keine geben, weshalb ich mich nicht darauf verlassen würde. Jetzt kommt auch schon der springende Punkt. Russland möchte nun Soldaten an die NATO-Grenze verlegen. Müssen sie ja auch. Durch den Kriegen der Ukraine hat Russland dazu beigetragen, dass zwei neue Länder zu NATO-Mitgliedstaaten werden und eines davon ist sogar ein Nachbarland. Ebenfalls füllt Russland auch noch Einfluss im Ostseeraum. In einem kürzlich erfolgten Interview mit dem russischen Journalisten Dimitri Kisellev sagte Putin auch, dass es an der finnischen Grenze keine Truppen gab, jetzt aber welche kommen sollen. Danach wurde wieder indirekt mit Atomwaffen gedroht. Was bedeutet das also? Russland muss neu mobilisieren, müssen sie in der Zukunft sowieso und mit dieser neuen Mobilisierung werden wahrscheinlich die Leute wieder aufgefüllt, die nun durch die Verlegung an die NATO-Grenze fehlen werden. Falls sie nicht neu mobilisieren wollen, was aber sehr unwahrscheinlich wäre, dann würden diese Truppen eben in der Ukraine fehlen. Doch ich denke, das sind alles erst Maßnahmen, die nach der Präsidentschaftswahl getätigt werden. Damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht. Vielen Dank.